Die 6 besten Sauna-Lautsprecher im Test Ich bin begeistert von dem EVA Reisetragen Case für meinen EVA A106 Pro-Bluetooth-Lautsprecher. Das Case schützt meinen Lautsprecher perfekt vor Stößen und Feuchtigkeit. Der Lautsprecher selbst hat einen überraschend starken Bass und die Bass-Radiatoren machen das Hörerlebnis noch intensiver. Die kabellose Verbindung funktioniert einwandfrei und die 12 Stunden Wiedergabedauer ist super. Auch das Design gefällt mir sehr gut. Der schwarze Lautsprecher passt sich allen Umgebungen perfekt an. Definitiv ein toller Kauf für alle, die einen tragbaren und kabellosen Lautsprecher suchen. Ich bin wirklich von dem Ort ISAM Bluetooth-Lautsprecher begeistert. Die Musikbox ist super tragbar und wasserfest, was bedeutet, dass ich sie sogar draußen nutzen kann. Der Dual-Bass-Treiber sorgt für einen großartigen Sound und ich habe sie sogar schon als Freisprecheinrichtung für mein Handy verwendet. Der 30-Stunden-Akku ist auch ein riesiger Vorteil, da ich sie ohne Sorgen stundenlang nutzen kann. Ich empfehle den Ort ISAM Bluetooth-Lautsprecher jedem, der nach einer tragbaren und langlebigen Musikbox sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Bose SoundLink Flex Bluetooth-Lautsprecher. Er ist unglaublich tragbar und der wasserdichte Look macht ihn perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Der Sound ist kristallklar und die Bluetooth-Verbindung ist schnell und einfach. Ich kann sogar Anrufe entgegennehmen, wenn ich verbunden bin. Die Batterielebensdauer ist auch beeindruckend, es hält sehr lange. Ich empfehle dieses Produkt auf jeden Fall jedem, der einen tragbaren, leistungsstarken Lautsprecher sucht. Ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden mit dem MIFA A90 Bluetooth-Lautsprecher bin. Die Klangqualität ist unglaublich und die 60 Watt Leistung sorgen dafür, dass meine Musik klar und laut abgespielt wird. Die wasserdichte Funktion und das RGB-LED-Licht sind auch großartige Features, die dem Lautsprecher einzigartigen Stil verleihen. Ich liebe auch die Tatsache, dass der Lautsprecher bis zu 30 Stunden hält und die Möglichkeit hat, per USB-Micro-SD-Karte AUX in Wiedergabe zu nutzen. Die True Wireless Stereo Option ist ebenfalls sehr praktisch. Alles in allem kann ich den MIFA A90 Bluetooth-Lautsprecher nur wärmstens empfehlen. Ich liebe den IONO bei Amazon Bluetooth-Lautsprecher. Er ist wasserdicht, was es mir ermöglicht, ihn mit zum Strand zu nehmen oder sogar unter der Dusche zu nutzen. Der Klang, der durch die Harman Sound-Technologie erzeugt wird, ist hervorragend und kristallklar. Die Bluetooth-Verbindung ist sehr stabil und ich hatte noch nie Probleme damit. Auch die Akku-Laufzeit ist beeindruckend, ich habe ihn noch nie aufgeladen, obwohl ich ihn schon mehrere Stunden benutzt habe. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Ich habe den W-King Bluetooth-Lautsprecher gekauft und ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Der Sound ist sehr stark und klar, mit sattem Bass. Der Lautsprecher ist auch sehr tragbar und einfach zu transportieren. Die 24 Stunden Akku-Laufzeit ist unglaublich und ich liebe die Tatsache, dass der Lautsprecher auch wasserdicht ist, was ihn perfekt für Outdoor-Abenteuer macht. Ich kann auch meine Musik von meiner TF-Karte oder meinem USB-Stick abspielen, was sehr praktisch ist. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem tragbaren Bluetooth-Lautsprecher ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.